Real Madrid ist weiterhin auf der Suche nach einem qualitativ guten Backup-Stürmer für Karim Benzema, falls dieser eben mal ausfallen sollte oder eine Verschnaufpause braucht. Auf der Suche nach diesem ist man jetzt wohl fündig geworden, bei keinem geringeren als Jonathan Boycott von Mainz 05. Der 22-jährige Deutsche hat derzeit einen Marktwert von 17 Millionen Euro und ist mit einer Größe von 1,83 Meter fast ähnlich groß wie Karim Benzema. Die Spielanlage von Jonny Boycott ist gewissermaßen ähnlich wie die von Benzema, aber bringt auch Unterschiede mit sich. Während Karim Benzema, so was das Passspiel mit dem Ball am Fuß betrifft, eigentlich der stärkste Stürmer ist, den wir derzeit haben, ist Boycott in dem gleichen Aspekt auch gut für sein Niveau, aber natürlich nicht annähernd Weltklasse. Ein Unterschied lässt sich finden in der Art und Weise, wie beide zu Toren gelangen bzw. zu Torchancen, denn Karim Benzema kommt da eher über die Füße, macht auch viele Kopfballtore und ist generell auch stark mit dem Körper. Während Boycott hingegen eine andere Spielweise hat, er hat ein extremes Tempo im Vergleich zu Benzema und startet eben halt oft hinter die gegnerischen Ketten, um da dann mit viel Tempo aufs Tor zuzugehen. Was den Abschluss betrifft, ist Jonny Boycott natürlich nicht annähernd so gut wie Benzema und das ist eigentlich somit seine größte Schwäche in seinem Spiel, denn er kreiert viele Chancen, kommt zu vielen Schüssen, aber vor dem Tor ist er einfach nicht eiskalt und underperformt seinen Expected Goals Wert eigentlich immer, während Benzema da wirklich eiskalt ist und den XG Wert extrem krass overperformt. Dennoch konnte Boycott letzte Saison für Mainz in 37 Spielen 18 Torbeteiligungen aufbringen und auch von der Spielweise von ihm wird sich der Transfer jetzt nicht aus Prinzip ausschließen, denn Real ist zwar ein Topklub, aber jetzt keiner, der extrem auf Ballbesitz spielt und den Gegner hinten reindrückt, die gehen auch schon viel auf Konda auch gegen schlechtere Gegner. Wenn wir jetzt mal auf die Vorgänger von Boycott, beziehungsweise der Transfer ist keineswegs fix, aber wenn wir jetzt mal auf die anderen Backup-Stürmer Reals schauen, die es davor gab, dann haben wir ja zum einen Mariano Diaz, gut, der ist immer noch da und spielt überhaupt keine Rolle, aber zum anderen haben wir dann halt Luka Jovic und wenn wir mal dem seine Statistiken anschauen, dann hatte der sogar extrem gute Werte, aber ist letztendlich eben an seiner Abschlussschwäche, die er eben bei Real gezeigt hat, gescheitert, sodass Real ihn am Ende auch unbedingt loswerden wollte. Auch wenn er hier den Expected Goals-Wert extrem underperformt und noch viel stärker wie Boycott das normalerweise macht, glaube ich dennoch, dass das so eine Hürde wäre, wenn er zu Real wechseln würde, die ihm das auf jeden Fall erschweren würde, da die eigentlich einen eiskalten Stürmer brauchen, da sie sich eben nicht viele Chancen herausarbeiten und die dann halt eben nutzen sollten, um möglichst alle Spiele zu gewinnen. Außerdem spielt Johnny Boycott bei Mainz ja in einem Doppelsturm mit Onisivo und auch bei der U21 spielt er in einem Doppelsturm mit Mukoko normalerweise und ist da sogar eher so die hängende Spitze als eine Art Zehner und in beiden Systemen funktioniert er gut und ich muss sagen, ich persönlich kann ihn mir nicht als alleinige Spitze vorstellen, was er ja im vom Real praktizierten 4-3-3 dann ja wäre. Ich finde, er ist am besten, wenn er neben einem anderen Stürmer spielen kann beziehungsweise leicht versetzt hinter diesem, da er eben auch die spielerische Qualität mitbringt, aber in vorderster Front finde ich ihn jetzt nicht ganz passend. Kommen wir nun also zum Fazit und da muss ich sagen, dass der Transfer aus mehreren Gründen eigentlich keinen Sinn macht. Zunächst mal aus Realsicht finde ich, dass Boycott spielerisch nicht reinpasst. Wie gesagt, man bräuchte halt einen Abschlusssteigen-Stürmer, der die Dinger auch direkt reinmacht und den man eben nicht entwickeln muss, dass er sich noch verbessert und auf ein besseres Niveau kommt. Also man sollte da eher einen erfahreneren Spieler holen, weil man boycott eben und das ist der nächste Grund, nicht die gewünschte Spielzeit geben kann, damit er sich weiterentwickelt. Und genau deshalb macht ein Transfer aus Boycats Sicht auch überhaupt keinen Sinn, denn er muss spielen, um sich zu entwickeln und um die Chancen zu nutzen, die er jetzt derzeit noch liegen lässt. Wenn er immer nur selten spielt und eingewechselt wird, dann kann er sich darin nicht verbessern. Außerdem denke ich, dass er, wenn er bei Mainz ist oder bei einem anderen Klub regelmäßig spielen würde, dass er dann auch nahe an der Nationalmannschaft dran ist, was jetzt auf keinen Fall der Fall wäre, wenn er irgendwo auf der Bank sitzt, auch wenn es jetzt so ein krasser Verein wie Real ist. Das war es also soweit von mir zu diesem, ja doch, komischen Gerücht. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Teilt ihr meine Einschätzung? Lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.